So, lassen Sie nun nächstes hier in Hamburg Hauptbahnhof die Passagiere zusteigen, T. Ihre nächsten Halte sind Ahrensburg und Bad Oeldesloh. Lokomotive 2805-5 hat gerade mit Verspätung Hamburg Hauptbahnhof verlassen. Behalten Sie die Signale gut im Auge. Also da haben wir einen vor uns, der immer wieder den Block belegt. Bremse? Ist schon. Ja, perfekt. Oh, es regnet heftig in Hamburg. Scheibenwischer? Scheibenwischer ist an. Gibt es hier sowas wie ein Cap-Liked? Oh, Rob, jetzt müssen wir mal hier... Ja, warte, ich versuche gerade... Sifa habe ich schon mal an. PZB habe ich auch schon mal an. Instrumentenbeleuchtung, Cap-Beleuchtung und sowas wäre super. Sieht gut aus. Türen mache ich auch mal auf. Hilfe, Rob. Ähm... Sifa hast du an? Habe ich. Sifa-PCB habe ich auch nicht. Ich brauche Instrumentenbeleuchtung, Cap-Beleuchtung. Gibt es nicht. Ach, gibt es nicht. Die lockern doch nicht dunkel, die Tacos. Achso, da musst du vorne runter gucken. Ja. Das geht nur so. Da vorne, links, rechts... Irgendwo ist es... Wipers. Da ist es irgendwo. Das kann man nicht bei der Satur machen. Ei, 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 ei. Bremsen, PZB, Befehl... Oben, oben die Dinger. Oben. Da drüber. Ach, ja. Cap-Beleuchtung. Ja, Cap ist dann schon mal an. Gibt es keine Taste für? Ja, also ich sehe hier nichts, ne? Ne. Leute sind eingestiegen. Ich will jetzt hier noch irgendwie Instrumentenbeleuchtung anhaben. Das ist doch nicht wahr. Sagt der Chat was? Ähm... Sanden. Fuck. I oder L? Habe ich probiert. Ich weiß es nicht. Shift-I, I, Shift-L, Shift-H... Ne. Wie ging das denn nochmal mit der Instrumentenbeleuchtung? Das weiß ich auch nicht genau. Das steht ja auch nicht drin. Ich weiß auch nicht mal, ob ich einen richtigen Gang habe. Spitzenbeleuchtung, ich sah es ja an. Ja. Alter. Hatte ich doch an. Ist ja alles gut. Geil. Aber hier gibt es noch eine Instrumentenbeleuchtung, mal ohne Quatsch. Bestimmt, ja. Also das irgendwo da in diesem Wust von Schaltern auf jeden Fall. Irgendwo gibt es da einen Schalter für ja. Ja, ich musste Tempo ein bisschen in den Augen behalten. Da oben, wo du gerade warst, ist Motor an, aus. Ja, habe ich gemerkt. Jetzt sagt der Chat was. Gleich musst du 45 befreien, ne? Ja, ja. Aber gucken wir in den Chat rein. Ja. 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 Verzwangse. Hast du dich befreit? Ja, ich guck die ganze Zeit hier nach scheiß Schalter. Hab ich dir gesagt, du sollst dich befreien. Ja, müsst ihr jetzt nicht werten. Na, so eigentlich. Ja. Ja, oben, die. Oben, Richtung, Richtung, da. Da, 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 da. Äh, hier. Ne, die kannst du nicht angucken, sondern die musst du machen. Mach ich doch. Versuche ich. Hier die? Ah, da ist er. Ah, ja. So, jetzt zwang sie überleben. Haben wir rausgefunden? Ja, müssen wir auch zwang sie auf jeden Fall einen Schnaps trinken. Ja. Das muss sein. Wir haben auch nicht mehr viel, also. Bei dem Stand? Bei dem Stand? Ja, da ist noch nicht mehr viel drin. So, jetzt ernsthaft, Leute. Los. 3-7 machen wir. Komm, gib im Chat jetzt. Also, da müssen wir ein bisschen. Ja, da ist noch ein Klass. Stell einfach hin. Na, da müssen wir den jetzt nicht höher machen, das ist doch Quatsch. Doch, 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 doch. Ach. Wenn wir trinken, machen wir den auch höher. Also, das ist ja wohl. Ne, das ist doch Blödsinn. Das ist nicht Blödsinn. Das ist live. So. Prost. Hast du sie gefahren? Ja. Lest mal mehr Chat. Ja, versuchen wir doch immer. Ist aber, äh. So, damit der Rekord, wann kriegt man die erste Zwangse? Wieder für mich. Ich war schneller, glaube ich. Ne, nicht die ersten 300 Meter. Ja? Ja. Sie fahren. Auf Space, okay. Ah, es könnte, die ist auch ein bisschen schöner gemacht. Ich habe da so ein Update installiert. Da kann man so ein bisschen wie VR. Und die schalten nicht immer runter, wenn man... So, ich habe jetzt mal den Viperspeed ein bisschen angepasst. Da vorne ist auf jeden Fall halt erwartet. Ja. Ein Zwischensignal. Ich denke mal wegen dem Vorsignal habe ich die Zwangse gekriegt, oder? Mhm. Mhm. Wir bestätigen trotzdem. Jetzt nochmal bestätigen. Ich weiß nie, was da für Magneten liegen. Der ist jetzt wieder richtig leise. Hast du einen Sander an? Nee. Okay. Der ist jetzt wieder richtig leise und der andere war richtig laut, ne? Vom Sound. Weil das so klackert. Das ist der Scheibenwischer. Bitte. Da ist er aus. Okay. Gut. Aber dann sehe ich ja nichts. Ich sehe sowieso nichts. Es ist eh dunkel. Du sollst das sehen, ja. Ich sehe doch gar nichts. Ich sehe doch Scheinwerfer an, ne? Da leuchtet es nicht. Da leuchtet nicht mal was. Hast du Scheinwerfer an? Ja, da. Ja? Hört's an. Mhm. Berliner Tor. Was ist das für eine Strecke? Hamburg-Lübeck-Berliner Tor. Okay. Mhm. Guck mal, ist schon wieder frei. Aber ich habe, habe ich restriktiv? Oh oh. 45. Nee, habe ich nicht. 45, ne? Wechselblinken. Soll das sein, oder? Nee, 85. Nee, das ist kein Wechselblinken. 60. Kann ich ruhig 60 durchballern? Kann mich sogar befreien, wegen dem Doppelgrün unten Vorsignal. Auf 60 darfst du jetzt maximal, ne? Ja, ich gehe schon wieder runter. Sorry. Der beschleunigt ziemlich schnell. Ich habe das Szenario auch rausgesucht. Ich weiß natürlich, dass da 60 kommt. Nein, ich wusste es auch. Es wurde vorsignalisiert. Das Schlimme ist ja immer, ich muss ein bisschen, fahren mit dem... Testen. Testen, ja. Testen, ja. Das ist nicht schlimm. Das ist kein Thema. Ganz ruhig. Ja. Ja. Ich fühle mich aber immer ein bisschen schlecht an. Karl! Karl! Was ist mit dem Szenario los? Machen wir mal die Sicht. DTG hat das gebaut. Also das Original-DTG-Szenario, wenn da irgendwas schief geht. Ich habe nur die Lok ausgetauscht mit Rail Traction, weil ich keinen... Bist du schuld. Dann bist du schuld. Wenn was schief geht, bist du schuld. Weil die BAO 218 von Steam so schlecht ist, kauft die nicht... Ich sage nur, kauft nicht die... Nee, kauft die bei Rail Traction. Kauft die von Rail Traction, auch wenn die auch nicht das allerbeste ist. Besser als DTG. Die ist auf jeden Fall super geil an. Und das... Ja, die ist auf jeden Fall super geil. Also nicht von DTG, sondern Rail Traction. Kauft die. Wir kriegen kein Geld dafür, aber ihr habt mehr Spaß. Und es gibt mehr Szenarien dafür. Oder man kann auch schnell einmal eins austauschen und... Ja. So, der Sander ist aus. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das ist der Scheibenwischer, der klackert. Und den brauche ich aber heute. Geschwindigkeitsüberschreitung. Naja. Das ist nicht so schlimm. Wegen mir. Solange du keine Zwangsen machst. Ich überprüfe nur die Zwangsen. Ah, okay. Aber viel 218er Gegenverkehr hier, ne? Ja. Die DTG. Ja, das ist ja egal, wer mir jetzt entgegenkommt, aber... Nix anderes. Ja, die Leute wissen es sich besser, ne? Er wollte DTG Speicher sparen. Ich würde immer mal gegen den Zug jetzt auch nur mit dem B280 und das ist okay. 120. Darf ich das? Nein. 100 darf ich doch nur. Bin doch M, oder? Bist du M? Nö. 85. Hat er doch angezeigt vorhin. Beim Einschalten hat er aber M angezeigt. Schweinerei. Ist ja 85 ganz links. Dann fahr ich auch 120. Ganz rechts. Ganz rechts. Nee, fahr ich nicht. Doch, das ist die 218 Rail Traction. Vertraut mir einfach mal. Ich weiß. Macht man nicht so gerne. Rob spielt Vertrauen. Ich glaub den Rob. Der Rob hat gesagt, der hat die getauscht. Dann glaub ich den das. Ja, das sieht man auch. Also das sieht man auch direkt am Cap. Also die Kenner erkennen das Cap und den Sound. Aber es gibt nicht nochmal die Aufgabe irgendwie zum Laden. Hoffe ich. Dass die Leute das erkennen. Also. Gute Nacht ÖBB410. Ja. Hier. Rallye-Gar. Wenn ich sag, dann ist die von Rail Traction. Dann ist, ich hab die selber, ja. Alles grün. Schwein gehabt. Da sieht man auch gar nichts, ne? Also ich. Ja, da nicht. Aber unter dem Video sieht man ein bisschen näher. Also schon. Ja. Muss ich bei dir rüber gucken. Ja, ist nicht ganz so schlimm. Das ist, weil das Licht oben so reinballert. Ja. Ja. Aber das Licht ist heute auf jeden Fall anders als sonst. Also nicht so ganz so schlimm. Doch. Ist genauso schlimm. Ist genauso schlimm wie immer. Also wir haben jetzt ja wegen dem Greenscreen, haben wir halt eine Ausleuchtung. Die ist unglaublich. Man sieht es vielleicht in meinem Gesicht, wenn ich so nach vorne gehe, dann wird es ganz grell. Es ist röter, ja. Hinten ist es röter. Bei dir ist es röter. Und da vorne ist es weißer. Und wenn es weißer wird, wird es auch relativ warm. Warum haben wir so viele Nachtaufgaben hier im Winter heute? Weil es so früh Nacht wird, oder? Ne, im Winter ist es halt dunkel. Ja, ist aber schlecht für den Livestream oder für den Let's Play. Haha, mein Gott. Ja, die Szenarien sind halt dunkler. Können wir nichts für, die habt ihr eingeschickt, oder? Wir gefunden irgendwo. Ne, das DTG, ja. Ach, das DTG getauscht. Okay. Schauen wir mal ganz kurz den Aschbecher leer. Was haben wir denn noch? Drei Kilometer. Ach, über Hamburg-Rahlstedt, da sind wir doch eben schon gegangen. Ja, jetzt fahren wir von Hamburg nach Lübeck. Das ist ganz rückwärts. Im Dunkeln. Spannend. Schön, oder? Schön, oder? Warum ist da schon wieder kein Licht an? Warum ist da da, kommt es? Sehr schwach, das Zugspitzensignal, ne? Ja. Real halt, ne? Oh, da ist auch so eine Nachtschicht hier, ne? Schön. Schön. Ja, wenn es dementsprechend dunkel wäre. Mach doch mal ein bisschen außen. Die Gütersonne, ne? Hab ich doch gerade. Ah, okay. Hab ich nicht mitgerichtet. Guck dir das an. Da kommt sie. Ist die nicht schön? Wir sind sogar Personenverkehr mit Dostos. Wie schön ist das denn? Ja, noch Lübeck raus, ne? Ja, dann brauchst du noch den Real Direction BR 2018 Replacement Sound. Uff. Ja. Den haben wir jetzt wieder nicht. Also es gibt ja echt viele Soundmods auf den einschlägigen Foren. Ja. Ist schon echt viel. Fernlicht? Ne, hier ist nur gesehen werden, nicht sehen. Das ist das Motto. Wir fahren auch noch Regional Express, ne? Mhm. Schön. Aber wirklich Express. Nach Westerland raus, oder was? Lübeck. Ja. Äh. Äh. Ruxo. Äh. Schicke uns ruhig. Lübecker Marzipan. Äh. Auf Rob spielt gibt's ein Impressum, kannst du ihn schicken. Wenn du möchtest. Bleib dir frei, ne? Vielleicht ist noch im Juni was übrig. Ja. Haha. Ich fahr das natürlich auf dann für den Witz, damit der auch auf jeden Fall ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Einmal zum kleinen roten Marzipanriegel aus Lübeck. Nein, alles was für den Zugbier Livestream hier ankommt, wird natürlich auch dann geteilt. Oder halt dann da verbraucht. Ihr könnt auch Bier schicken ans Impressum, robspiel.de. Könnt alles schicken an robspiel.de. Ja, alles. Mäuse. Äh. Wir brauchen eine Webcam. Von, äh. Nicht von Logitech oder von, äh. Microsoft. Microsoft. Sondern von irgendeinem anderen Hersteller. Es kann ruhig eine Logitech sein, nur nicht dieselbe wie die hier. Ne, ähm, ne. Hm. Le Master kannst du auch eine, äh, Schoki schicken. Auch eine Tuplarone gerne. Auch wenn der Sigi das nicht so gern sieht. Guck dir das an, du. Ich muss bei dir drauf gucken, weil bei mir sieht man nicht so viel. Schön, du alter Schwede. Aber das ist auch eine Scheiße. Der Regional Express. Die Waggons vom Social. Oh, ne. Was denn? Was denn? Was macht der denn da? Was macht die da? Ja, wir haben keinen Zwang, so ein Schnaps mehr, ne? Ah, ich hab noch was im Glas. Hä, wieder? Kannst du mal auf 8 setzen? Geht gar nicht. Alter, was ist los hier? Wieso macht die das denn? Achso. PZB. Warte, PZB, oder? Ja, PZB. Du kannst auch Elefanten-Scheiße schicken. Gerne. Haben wir, äh, immer gerne, äh, genommen. Boah, ist aber echt dunkel, ne? Wir müssen ja schon wieder, äh... Also, ich hab auch noch einen anderen Schnappo da, aber... Puh. Da wird's aber ganz eklig. Was hat denn das Signal überhaupt angezeigt? Das war nicht die Sifa. Ach, hör auf. Glaub ich nicht, oder? Ja. Ja, das PZB, das haben wir gesehen. Du hast doch die, die resettet dann nachher. Ja. 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 Ah, PZB, zwangsbremsung. Ah, hier ist grün. Aber hier ist grün. Und keiner hat was gesagt, hier hätte Dings umstellen können. Hm? Was? PZB umstellen können. Ah ne, wir sind ja Personenzug. Alles gut. Wie? Ja. Alles gut. Läuft perfekt. Gibt Stoff. Die rastet komplett aus, auch oben rum. Ja, Beförderungsqualität geht auch oben rum total. Ja, oben rum völlig, äh, steil. Ja, ist halt ein Karriereszenario. Läuft. Läuft. Super. Er ist wirklich dunkel, ne? Ja, sehr dunkel. Das hatte ich auch, äh, also beim... Oh, die Waggons klingen so scheiße, ne? Muss man, äh, äh. Hier, können wir trinken? Oh, schon wieder. Mag nicht mehr, ich mag keine Zwangsen mehr. Jetzt muss ich auch das richtige Likör aus dem Keller holen. Ne, lass mal. Pfi. Was war das? Sifa. Ich dachte schon. Bist du schon mal in der Küw gefahren? Ne. Doch, ich? Ja. Brems jetzt. Mach ich doch. Bremsen, bremsen, bremsen. Alter, rappel die. Brrrr. Brrrr. So, nächstes Szenario. Hat wieder keine Zwangsinn oder was? doch da gibt es auch zu haben sind ach das ist der scheiß zug vor uns nicht wieder alles auf rot kloppt wenn wir zu schnell sind ach so wir müssen das vom trenzer lp das waren wir noch fahren als nächstes das wird schön darf ich noch nicht verraten was es ist du weißt ja auch nicht schön schön hat er mir extra zugeschickt dass wir gleich fahren versuchen jetzt erst mal jetzt gleich halt erwarten nach der ganze zeit schon dass der zug vor uns doch ja ja erst mal in ahrensburg anhalten kommen noch ein paar gute nachts zug 2015 da ist nichts vor euch das ist ein bug sagt der torung zu bestand auch in der beschreibung dass da was vor uns ist vorher sagen wir noch ja ja wenn es uns angezeigt würde kann man nicht losrasen an schon aber ich muss ja sowieso hier halten dafür ich finde der sound ist geil und saut von der loch ja wo man schön ich mag es jetzt soll noch rein lassen so geil diese tonnern bomb 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 Türen auf. Geil. Der Sound ist ohne Witz. Der geilste für die 218. Ohne Witz. Obwohl du hier bist. Aber, äh. Tschö, Game444 und vielen Dank für deine Arbeit. Schlaf gut. Schnapp. Schnamsen-Saxx-Werbung. Äh. Zwangsen-Schnaps-Werbung, wollte ich sagen. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Die rastet halt mit dem Turbolader völlig aus. Diesel durch. Das ist so geil. Was ist das, Senior? Und jetzt musst du drauf gucken. Wir haben keinen Zwangspokal, nur den auf Papier sozusagen, da drängen wir immer die Ergebnisse ein. Boah, es ist nur dunkel. Wir fahren keinem Zug hinterher. Berühmte letzte Worte. Darf nur 140, die 218? Warum fährt sie denn dann 160? Wie bitte? Ja, alles gut, alles gut. Was, was? Hilfe! Hier fährt er nur 140. Ich bin bei 160. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Hilfe! 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 Wir werden sterben! K.P. Null. Ja. Naja, wenn schon einer so hornt. Einer schon so hornt, alles klar. Wenn schon einer einfach so hornt, das ist schon... Gleich hinterher gibt es da ein Explosionsgeräusch. Was ist das da vorne? Das ist gelb. Grün. Halt erwarten ist das. Halt erwarten. Halt erwarten ist das. Oh oh. Ah, er ist nach dem Bahnhof. Steht, der hat ein neues Signal. Ja, ganz ruhig. Komm. Ja, die löst nicht so schnell. Ah ja, okay. Den FSX lande ich manchmal selber und manchmal per Autopilot. Gut erkannt. Pünktlichkeitsbonus. Wenn ich hier noch mit Pluspunkten aus der Runde rausgehe. Na dann Halleluja. Ist das ein Bahnsteig hier? Ich sehe es nicht wegen dem Regen. Doch, doch. Ist gut. Bisschen weiter noch. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Lass rollen, lass rollen, lass rollen, Junge. Rollen, 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 rollen. Locken, lol. Jetzt kann sie bremsen. Was war das? Nix. Alles gut. Einstellung Notbremse. Ach, alles gut. Hallo. Ist doch alles gut. Siehst du was? Ich sehe nichts. Türen auf. Hast du in den Whisper gekommen? Ne. Alles gut, Rob. Ja, hast du nicht. Tür geht nicht auf. Fahre ich weiter. Du musst hier gar nicht halten. Doch. Ne. Bad Oldesloh musst du halten. Ja, jetzt. Das ist. Ja. Ja, die schreiben die im Chat. Durchfahren. Ah. Der Bayern-Kraft, der ist Fahrdienstleiter. Da muss fahren. Dann muss es ja stimmen. Obwohl. Ja, muss ja auch nicht unbedingt. Aber wenn er es sagt. Das ist ein Geräusch. Da muss ich jetzt aufstehen. Ne. Doch. Muss einfach nur Zahlen anpassen. Eigentlich muss ich jetzt aufstehen. Eieiei. Kinder, wird spät, ne? Es wird sehr spät. Immer schwieriger. Vorwechsel blinken, ne? Ob wir heute nochmal irgendwo ankommen, das weiß ich nicht. Doch. Fährst du immer weiter oder guckst du auf die Ziele? Doch. Bad Oldesloh ist es ja irgendwann. Elf Kilometer. Elf Kilometer. Alter. Ich wusste ja immer ein bisschen vor. Ein bisschen. Äh. Ein alter Mann. Ne. Trittlicht hier. Maulwurfsmäßig auch. Wenn man die Augen so ein bisschen zu knippert. Der Brille liegt hier. Ne. Ne, ne. Komm, hör auf. Im Nahbereich bringt mir das nichts. So. Ich geh jetzt kurz. Seit wann ist in Schleswig-Holstein Linksverkehr? Hey. Immer. Geh mal. Wo immer du hin willst. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Wir geben hier Vollgas. Wir geben mal hier Vollgas. Keine Gefangenen nehmen wir. Ja. Keine Gefangene nehmen wir. so ich sehe was denn nix ich höre dich gar nicht ist nicht angesteckt mikro jetzt ja jetzt jetzt hören wir dich jetzt gibt es so ich habe zwar sind schnapps neu reingeschafft kommen neue gläser und das ist aber der livestream gleich vorbei nach der aufgabe ein bisschen halt und dann in den gläsern das wird nix da muss man ja auf auf ich gehe noch mal es ist einfach nur dunkel dieses let's play livestream hast du nicht gesehen spiel aus posch mich nicht zwangslikör super ganz toll das ist viel zu dunkel lohnt sich überhaupt nicht für ein video sie ist nix ist auch der grund warum ich jetzt hier so durch baller 160 schafft ja gar nicht so viel 156 wegen dir muss der sicky aufs klo recht Weiß ich nicht. Boah, die löst die Bremse ja mal so gar nicht. Wieso? Das dauert ewig. Was war da? Irgendwas angekündigt. Achso, gelb, gelb. Zwei Kilometer ist Ende. Gut, 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 gut. Boah. Ist ja echt Ende. Ja, den nehme ich. Das Ende, Gott sei Dank. Prost. Zwang, so weiß ich nicht mehr. Ach, kräuterig. Boah, er sagt nein zu Alkohol. Möchtest du noch ein neues Bier? Hab noch. Hast du noch? Hab noch. Okay, das kann ich verstehen. Ja, das ist okay. Gib Gas. Bis 60. Was ist alles los? Ist es doch schon. Komisch, dass es die ganze Zeit regnet und draußen ist Schnee, oder? Schneeregen. Ist das Schneeregen? Ist einfach nur kalt. Aber draußen ist alles fachschein. Ich hab Scheibenheizung an. Hast du? Gut. Das ist gut. Finde ich gut. Alles richtig gehandelt, ne? Ja. Vorausschauend. Vorausschauend. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendwas einfriert. Da vorne ist bald alles los. Ich glaub, so lang machen wir auch nicht mehr, ne? Nee. Also ich fahr jetzt noch ein Szenario, dann kannst du Rausschmeißer fahren, würde ich sagen. Machen wir so, ja. Ja, ja, ja. So in die Richtung geht. Dann sind wir kurz nach drei, das ist eine schöne Zeit. Tendieren wir. Haben wir auch acht Stunden gestreamt, sieben Stunden, das ist lockt, ach, mehr als sieben Stunden gestreamt, sind jetzt schon über sieben Stunden noch was. Da ist der Bahnsteig, guck mal. Drüben ist der Regionalexpress. Der rettende Bahnsteig. So noch passend bremsen. Mit zwei Bar auf der Leitung. Den wir ein bisschen raus. Bisschen noch fahren. Ja, schön. What old is low? Ah, der Meo-Bot ist wieder raus, ne? Ach, der ist doch egal. Möchte ich eigentlich nicht. Nehmen wir nachher gleich wieder rein. Der merkt das gleich. Der kommt gleich wieder. Kommt. Dann werden alle bösen Taten wieder im Nachhinein bestraft. Aber ich finde ja, bei uns im Stream ist es immer so, dass die Leute überhaupt nicht so, wir haben so nette Zuschauer, muss ich mal ganz großes Lob an die Community machen. Ach, die Mots haben aber auch gut aufgepasst. Aber am Anfang war viel los. Tja, da war viel los. Aber ist immer so. Ich habe da schon von anderen Streams gehört, dass es schlimmer war. Der Meo-Bot ist im Katzenkörbchen. Also ich finde auch, unsere Zuschauer sind sehr... Besser als die Mots. Besser als die Mots, ne? Großartige Arbeit. Sie haben alle Aufträge ohne Schwierigkeiten abgeschlossen, um diese Fahrt nach Lübeck vorzusetzen. Wählen Sie das Szenario. Viertens Hamburg nach Lübeck. Teil 2. Aus dem Karriere-Szenario-Menü. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Heute? Erstmal den Sound hier weg. Wir machen 5 Minuten Pause. Ja, einfach Sitzplatzwechsel 5-10 Minuten mal gucken. Wir sind gleich wieder da. Der Rob ist dran.